Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten, altes Oszilloskop. Was muss ich wissen, wenn ich ein altes, so ein analoges, wisst ihr ja noch, hier die mit so einer Elektronenstrahlröhre bedienen muss. Was muss ich da alles wissen? Ist ein bisschen anders zu den normalen digitalen, die man heutzutage schon kennt. Wie sieht es da aus? Also einschalten, funktioniert hier oben mit Power on und off. Das ist ein Drehschalter, der geht meistens hart. So, dann sieht man nichts und das ist die Besonderheit von den alten Geräten. Da wird einem nicht alles gleich gemacht und da gibt es auch keine Auto-Set-Taste, die alles automatisch macht. Die muss man noch mehr oder weniger Hand anlegen. Ja, also man hat hier zwei Tasten, also zwei Td-Tegler muss ich sagen. Einmal für Intensität und einmal für Fokus. Intensität, hier mal gucken, ist hier was da? Also da ist sozusagen, wie viel wird, ja, wie stark wird diese Elektronen hier beschleunigt, dann sieht man hier, ja, leuchtet es heller oder dunkler. Aber warum hier nichts kommt, liegt nicht an der Intensität, sondern an diesem Trigger. Und hier kann man drücken, ihr seht ihr eh schon, kommt ein bisschen so gestrichelt, aber halt noch nicht ganz. Und das ist sowas, das kann einen wirklich fuchsig machen. Und hier muss man diesen Trigger, diesen Trigger, den man hier hat, Pull, und da muss man ziehen. Das muss man wissen. Sowas kennt man bei den heutigen Oszilloskopen gar nicht mehr. Aber anziehen für eine geheime, so eine geheime Taste und dann ist hier auf einmal was da. So, dann, also das ist hier so ein Auto, Auto Trigger Level, dann hier oben die Zeit einstellen, das ist wie beim, ja, wie man es kennt, also das ist hier nichts besonderes, das kennt man auch von den modernen, da stellt man sozusagen die Zeit ein, wie lange, ja, ein Kästian gebraucht wird, also die Sweep Time pro Division, also hier pro Kästchen, ist hier auf 10 Millisekunden, je nachdem ihr das Signal hier abgreifen möchtet. Ja, hier die Position weiter nach links, weiter nach rechts, ist auch selbsterklärend. Jetzt nochmal zur Intensität. Also ihr seht, wenn ich jetzt hier mehr Gas drauf gebe, dann wird es hier heller. Wenn wir so, dass hier ein sauberer Strich entsteht, seht ihr, kann ich hier sozusagen von hell auf dunkel machen. Häufiger Fehler ist auch, oder dass einer zugestellt hat und man sieht nichts. Deswegen dann die Intensität nach oben drehen. Nicht zu weit, weil sonst brennt das irgendwann in den Bildschirm ein und das will man nicht. Deswegen muss eine Mittelstellung passt. Fokus kann man hier sozusagen von unscharf bis wieder unscharf hier fokussieren, dass das alles passt. Das ist auch schön analog. Genau, dann hier unten die Kanäle, kann man hier die Spannung sozusagen, wie viel pro Volt soll ein Widget sein, also von der Höhe her, von sich brauche ich hier kleine Spannungen, große Spannungen. Dann hier AC-Kopplung, Ground- oder DC-Kopplung, Position nach oben, nach unten, kann man hier machen. Und ja, hier genauso für den zweiten Kanal, oben runter. So, das war es im Großen und Ganzen. Genau Tastkopf noch, also klassisch für den BNC-Stecker, steckt man hier an. Tastkopf hat man dann entsprechend hier, kann man so zurück machen, dann kann man hier etwas anhängen. Hier die Masseleitung, da ist sie gar nicht mehr dran, weil dann sieht das so aus. Hier ist die Masseleitung und dieses Masse-Krokodil-Klemmchen dann entsprechend heran. Dann muss man entsprechend einstellen, welche Zeit hat man und so weiter, ist man hier richtig im Signal drinnen. Und ja, das war es zum alten Oszilloskop. Also wenn ihr sowas mal bedient, das ist immer so für die jungen Ingenieure, so, ja komm, du kannst durch Elektrotechnik, da kannst du doch hier auch mal schnell was einstellen. Da kennst du dich doch aus. Und man ist ja heutzutage verbunden mit der Auto-Set-Taste. Und ja, auf jeden Fall, so funktioniert das. Ich hoffe, dieses kurze Video zum historischen Oszilloskop hat euch hier weitergeholfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen.